Hallo meine Löwen. Happy Birthday. Du kommst nicht, oder? Papa muss noch ganz kurz auf der Arbeit was machen. Kannst du die Katze für mich abholen? Geschenk für die Armee. Zwiebel? Du hast doch keine Katze, ne? Fickt euch. Denk an deine Strategie. Bleib defensiv. Toll wie das war's. Ich kann jetzt nicht, ich hab ein Gramm. Mina beantragt das alleinige Sorgericht. Entweder du bist bis um 6 Uhr hier oder ich sorg dafür, dass du meine Tochter nie wieder verletzt. Du hast eine Stunde. Der Typ muss kämpfen, sonst sind wir alle am Arsch. Chino hat 75.000 auf dich gesetzt. Mich verletzen. Hey. Bist du disqualifiziert bist, können wir das Ganze noch rumreißen. Ich hab die weggeboxt. Wen hast du weggeboxt? Alle. Alle. Alle! Das ist dir größer als du denkst. Du willst, dass Leonie es besser hat. Dann rennst du mich weg. Das ist nicht mit ein paar Kämpfen erledigt, Mann! Ich hole nur eine Katze ab. Es ist zu. Es ist 7 vor 6. Auf deiner Uhr vielleicht! Ich bin nur ein Dominator. Ich bin nur ein Dominator. Ich bin nur ein Dominator.